Der Turnverein Roperswil nimmt im Sommer 2015 an der Gymnastrada in Helsinki teil. Unter dem Motto «Make the Earth Move» findet in Finnland der einmalige Event statt. Der STV Roperswil stellt sich erstmals in seiner 123-jährigen Vereinsgeschichte der spannenden Herausforderung. Zusammen mit rund 3'900 Schweizer Teilnehmenden werden wir am 12. bis 18. Juli 2015 unsere Vorführungen präsentieren. Ich bin schon ein enges Jahr im STV Roperswil dabei und das ist das erste Mal, dass wir so geschlossen und organisiert in Helsinki gehen. Ich freue mich auf die verschiedenen Kulturen und die Leute, die dort zusammenkommen wollen. Ich freue mich darauf, die Vorführungen aus der ganzen Welt zu sehen. Ich freue mich darauf, dass wir mal an einem internationalen Anlass teilnehmen können und eigentlich das, was wir hier trainieren, vor dem Weltpublikum zu zeigen und auch Leute aus aller Welt kennenzulernen. Auf der Stadtbühne Senats Square vor der Kathedrale Helsinki werden wir unsere spektakulären Vorführungen unter dem Motto «Air 12190» präsentieren. Die Zuschauer dürfen sich auf einen kreativen, hochstehenden Mix aus Minitrampolinen, Gymnastik, Akrobatik und Show freuen. Um die grossen logistischen Herausforderungen mit 31 Turnenden vom STV Roperswil zu bewältigen, sind wir auf sie angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn sie uns dabei unterstützen könnten. Mit einem kleinen oder grossen Beitrag helfen sie uns, die packende Show im Publikum in Helsinki zu präsentieren. Unsere Projekt «Air 12190» finde ich eine super Sache. Es ist eine kreative neue Sache mit Wind und Luft. Und wir sitzen Anfang des 7. in der Infansiv-Familie. Stopp! Hallo zusammen, wir machen mit mit dem STV Roperswil an der Gymnastrad an und gehen wir auf Helsinki. Für einen kleinen Verein wie der STV Roperswil ist es ein grosser Anlass und eine grosse Chance, sich international zu präsentieren. We are rockin' hard anytime anywhere. New York, Miami, we don't care. Set your pay to buy in the UK. Mein liebter Gymnast, meine liebten Damen und Herren, wir sind auf Sie, um uns zu unterstützen, in diesem einzigen Projekten zu unterstützen. Verehrte Leute, verehrte Freunde des Sportes, wir sind auf Sie, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Danke. Schätzte Damen und Herren, es würde uns sehr freuen, wenn auch Sie unser aussergewöhnlicher Projekt unterstützen würden. Dear Friend of Sports, we would like that you support us in our great project. Ein paar sind schon unterwegs. Ich will es noch lange, bis ich so viel sind. Wir erzählen auf Sie. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.